Wie viel Lenya ist hier unten? Wenn ich richtig sehe, sind es drei Pflanzen. Also kann ich hier drei mir schnappen und da unten noch eine Schnitterhütte errichten? Dann errichtet mir gleich noch einen Keulenschnitzer. Irgendwo. Ach, hier ist auch noch genug Platz, also errichtet mir mal da einen. Okay, der Feuerling, der kommt hier hoch. Bei den Sklavinnen des Feuers bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Auch die nicht nur beim Feuerspucker stehen bleiben. Ihr errichtet mir mal eine Schmiede. Das Gebäude ist einsatzbereit. Oh, hier ist auch noch mal Eisen. Aber das ist an einer ziemlich blöden Stelle. Das ist ein Hinterhalt. Wir werden angegriffen. Ja, ja! Das Gebäude ist einsatzbereit. Noch eine Schamanenhütte daneben. Verbesserung ist fertiggestellt. Das ist gerade doof. Ah, jetzt kräft er an. Na los! So, noch eine Schamanenhütte. Was jetzt? Ich bin müde. Was wollt ihr? Ja. Wohin? Gut. Arbeit. Immer nur Arbeit. Ist was. Gut. Da kommt noch ein Feuerling. Diesmal wieder angerannt. Ach du, du fällst schon da hin. Das Gebäude ist einsatzbereit. Bäume. Woher gut? Okay, ich hab zwei Schmieden. Ich hab zwei Schamanenhütten. Der Humm ist halt... Der ist groß. Errichten wir eine. Und ich weiß nicht, ob's... Ja. Nötig für den Brander zu produzieren, ist eine gute Frage. Ja doch, sie sind nicht immun gegen Feuer. Bestand halten, Männer. Wohin? Gut. Ja, ich bin müde. Verbesserung ist fertiggestellt. So, Totem ist auch verbessert. Wenn du gescheiter Ami kriegst, kann ich auch immer noch nicht aufstellen. Mir fehlen immer noch zwei Units für die Orks. Muss also wieder mit dem Vorlieb nehmen, was ich hab. Das Gebäude ist einsatzbereit. Trommler und Hornbläser haben stärkere Wirkung. Ja. Verbesserung ist fertiggestellt. Na dann, noch ein Blutheiligtum. Na los! Wohin? Arbeit. Immer nur Arbeit. Arbeit. Ja, ihre Nester an den Hängen. Wie viel kostet denn so ein Trommler? Viel Holz und viel Linie. Bisschen Linie. Eisbeschlagene Rüderrüstung, eine Holzkeule und Ork-Trommeln. Verstärkt mir Musik, Kampfstärke der eigenen Trommel. Ja. Oh. Verbesserung ist fertiggestellt. Der Brandein erhält was Nettes. Da kommt schon der nächste Feuerling hoch. Da kommt schon der nächste Feuerling hoch. Ich bin müde. Lasst uns lieber Krieg führen. Wo sonst? Geht einfach an mir vorbei. Unfreundlich, ey. Deine Jaefer hat aufn. Wälder. few Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, Schläger brauchen wir keine, hauptsächlich Speerträger, Kämpfer und Magier und ein paar Trommler Feuerlinge Das ist ein Hinterhalt Die Linien müssen halten Stand halten, Männer Na, kriege ich dich auch noch in Brand gesteckt? Wir werden angegriffen Ja, du brettest ein bisschen wenigstens Jetzt brettest du doch Das ist ein Hinterhalt Und bist tot Ja Dorthin also Ja, schon gut Ich könnte wahrscheinlich schnell das Holz sammeln, indem ich jetzt dann langsam die Holzfällerhütte verlege Also ich werde wahrscheinlich noch zwei Holzfällerhütten brauchen Eine hier Dem Gebiet Oh, und ich kann mal wieder Verkauke etwas erhöhen Arbeit, immer nur Arbeit So, zweite Schmelze ist intakt Und ich glaube dann noch drei Wildschweinzüchtern, dann reicht das wirklich mit der Nahrungsproduktion Da kommt ein Feuermeister Da ist eine Sklave des Feuers Das Gebäude ist einsatzbereit Es hat die Frage, wie ich hier noch Holzfällerhütte errichten Keine Last Darüber ja Arbeit, immer nur Arbeit Ist was Dorthin also Ich bin müde Ja, schon gut Ich bin müde Dann geht nämlich hier die Holzproduktion etwas schneller Der holzt vielleicht noch die beiden Bäume ab Jetzt sind wieder zwei Feuerlinge Die es auf mich abgesehen haben Und ja, man merkt halt Bei Orks ist Holz der Hauptbaustoff Deswegen ist er immer Mangelware Weil Orks halt auch einfach keinen Holzfäller haben Äh, kein Sägewerk haben Das ist ein Hinterhalt Das ist ein Hinterhalt Da kommen wieder die Basilisken Oh, der Feuermeister ist auch schon wieder hier Schon dabei? Dun När Du hast ja